Bonjour miteinander, kleines déjà vu heute. Ich bin nämlich schon wieder in Manikur, wo auch das letzte Rennen war. Und heute bringe ich aber meinen Motor weg. Den habe ich jetzt gerade weggebracht. Ich schneide da gleich ein Bild rein mit Motor. Und ich bin heute morgen um drei gestartet. Jetzt ist es 9 Uhr und bin eben angekommen. Hab den gleich abgegeben. Ich hoffe, ich kann ihn vor der Mittagspause noch abholen. Das heißt kurz vor zwölf, ansonsten kurz nach zwölf. Ich bin jetzt hier gerade an der Raststätte und ich versuche jetzt erstmal zu schlafen, weil ich bin echt müde. Bis später. Hello again. Ich habe eine kleine Planänderung gemacht, weil mein Tank schon wieder leer war. Und auf dem Weg zur Tankstelle bzw. davon zurück, habe ich ein Casino gefunden. Casino in Frankreich. Was anderes in Deutschland. Casino in Frankreich. Große Einkaufsladen. Dann ist es hier auch noch ein Giant Casino. Also das Ding hier ist riesig. Ja, hier gibt es alles. Und ich laufe jetzt einfach rum und suche mir jetzt mal ein paar lustige Sachen raus. So, da bin ich wieder. Da hinten hinter dem Karton. Man sieht es ein bisschen. Da ist mein Motor wieder. Gerade abgeholt bei Ureka. Jetzt mache ich mich an die Heimreise. Sechs Stunden Autofahren stehen noch vor mir. Ich bin jetzt seit drei Uhr wach. Ich bin echt müde. Aber das packe ich vor allem. Ich melde mich zu Hause nochmal bis dann. Wir haben mittlerweile acht. Es ist ziemlich dunkel schon draußen. Ich habe noch 150 Kilometer vor mir. Das heißt, halb zehn Ankunft. War dann auch gar kein langer Tag und gar nicht viele Kilometer im Auto. Aber wer haben will, muss leiden. So, jetzt melde ich mich ab. Ich muss überholen zur Zweispur hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.